Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Zurheide, lieber Andrea Akaes, sehr geehrter Herr Dr. Baues, lieber Professor Weber, Herr Feicht, Herr Sieverding, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben sich angemeldet in dem Bewusstsein der Staatssekretäre Käme, wenn man ein Ticket kauft für einen bestimmten Geiger und der kommt da nicht und es kommt ein anderer, hat man vielleicht das Recht, sein Geld zurückzuverlangen. Ich hoffe, das ist heute nicht notwendig. Wir haben getauscht heute, es gibt eine Wirtschaftsministerkonferenz in Brüssel, die aber so viele Themen, die normalerweise unter Staatssekretären besprochen werden, auf der Tagesordnung hat, dass es sinnvoller erschien, unsere Aufgaben für den heutigen Tag ein bisschen zu wechseln. Ich nehme aber für mich in Anspruch, bei diesem Thema auch häufig unterwegs zu sein und viele Gespräche auch selber zu führen und in der Tat, Herr Zurheide hat es ja gerade geschrieben, man trifft immer Unzufriedene, die Palette ist gerade auch schon aufgemacht worden von Bürgerinnen und Bürgern über kommunale Unternehmen bis hin zu DAX-notierten Energieversorgern, Umweltverbände, viele Akteure, die sich um dieses Thema kümmern. Und gleichwohl ist es bisher immer wieder gelungen, auch wenn manchmal natürlich nur in kleinen Schritten, die Dinge so zu gestalten, dass ich davon überzeugt bin, es wird auch jetzt bei sehr vielen im Moment offenen Fragen gelingen, wieder Lösungen zu finden, die am Ende möglichst vielen Akteuren in diesem Umfeld dann auch Möglichkeiten geben, die Veränderungen positiv zu sehen. Und das ist es ja, worum es im Kern geht. Die ganze Energiewirtschaft, über die wir heute auch zentral reden werden, agiert in einem Umfeld mit extrem hoher Veränderungsdynamik. Was wir ja eigentlich immer erreichen wollen, ist Planungs- und Investitionssicherheit. Da finde ich in der Tat niemanden, der sagt, dieser Zustand sei jetzt schon erreicht, sondern es geht bei den jetzt anstehenden Entscheidungen, die möglichst weit reichen und mit möglichst langer, zeitlicher Perspektive herzustellen. Wir reden über Strommarktdesign. Das tun wir auch jetzt nicht erst seit einer Woche, sondern schon mal mindestens, vorher hat es auch schon viele Diskussionen gegeben, aber mindestens mal seit dem Grünbuch im letzten Jahr, seit der Vorlage, auch vorher hat es dazu schon intensive Diskussionen gegeben. Jetzt geht es final darum, wie ein solches Strommarktdesign aussehen soll. Eng damit verknüpft die Frage nach der KWK-Novelle, eng damit verknüpft der Netzausbau, die Anreizregulierung, die Klimaschutzmaßnahmen und last but not least, Dr. Baues hat es schon gesagt, natürlich auch die europäischen Fragestellungen, wie entwickelt sich eigentlich ein europäischer Energiebinnenmarkt und wie treffen wir unsere Entscheidungen, damit das dort auch vernünftig eingebettet ist und wir nicht Entscheidungen treffen, die ein halbes Jahr später konterkariert werden oder dann eben sogar wieder noch ganz neu gedacht oder korrigiert werden müssen. Aus all dem resultiert ein enorm hoher Anpassungsdruck für Nordrhein-Westfalen. Wir sind das Energieland Nummer eins, wir sind das Industrieland Nummer eins. Die energieintensiven Unternehmen sind von Herrn Zurheide gerade auch schon mit angesprochen worden und es geht natürlich insbesondere um die Zukunft auch der Energieversorgungsunternehmen. Sie alle wissen, nochmal die ganz gesicherten statistischen Auswertungen aus dem Jahr 2014, da lagen wir bei den Erneuerbaren bei gut 26 Prozent, mittlerweile ist das auch schon wieder vorangeschritten und deswegen glaube ich, darf man zunächst einmal eines festhalten, auch in einer solchen Diskussion hier, weil bei all den Problemen, die wir haben und die wir noch lösen wollen, geht es ja um das Ziel, den Anteil der Erneuerbaren auszubauen und das ist auf einem guten Weg und auch wenn es in der öffentlichen Diskussion nicht so präsent ist, in Nordrhein-Westfalen konnte der aus erneuerbaren Energien erzeugte Strom in zehn Jahren immerhin verdoppelt werden. Wir sind noch nicht da, wo wir in der Koalition entsprechend verabredet, in den einzelnen Häusern entsprechend unterstützt, tatsächlich hinwollen. Bis zum Jahr 2025 soll mehr als 30 Prozent des Stroms in NRW aus erneuerbaren Energien gewonnen werden und wir sind jetzt bei etwas unter zehn, Dr. Bauer ist rund zwischen neun und zehn Prozent. Wir haben dort einen großen Nachholbedarf, das ist so. Das ist aber eben etwas, was ja alleine nicht in Düsseldorf entschieden wird, sondern dann immer auch A durch Investoren, B durch entsprechende planerische Voraussetzungen vor Ort begleitet werden muss und ich glaube, dass wenn Sie an das Thema Wind im Wald denken, dass dafür eben auch jetzt erst kurz vor sehr kurzer Zeit die entsprechenden Entscheidungen auch getroffen worden sind. Das sind zunächst einmal wünschenswerte Entwicklungen. Weniger positiv fällt die bisherige Bilanz zu den Kosten der Energiewende aus. Wenn man sich die Entwicklung der EEG-Umlage in den zurückliegenden zehn Jahren anschaut, ist es seit 2005 quasi eine Verzehnfachung gewesen und ich habe in vielen Reden immer auch wieder daran erinnert, dass das EEG in seiner Ursprungsversion eben zwei Ziele hatte. Das ist in der Gesetzesbegründung sehr schön nachzulesen gewesen, nämlich zum einen den Ausbau der erneuerbaren Energien und zum anderen verträgliche volkswirtschaftliche Kosten und Belastung. Und wenn wir es mit einer Verzehnfachung der Umlage, in diesem Raum wissen wir alle um auch Ursachen, es ist nicht allein der Ausbau, das hat natürlich auch etwas mit der Strompreisentwicklung insgesamt zu tun, haben wir aber dort sicherlich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Parallel zu dieser Entwicklung bringen sinkende Einsatzzeiten bei gleichzeitig sinkenden Börsenstrompreisen, insbesondere viele Steinkohle- und Gaskraftwerke in wirtschaftliche Probleme, aber auch Pumpspeicherkraftwerke, die derzeit einzig preiswerte und praxisbewährte Großspeichertechnik nimmt insbesondere der Strom aus Photovoltaikanlagen die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb. Wir brauchen aber gerade diese Anlagen zur Speicherung des schwankenden Stromangebots erneuerbarer. Mit Blick auf die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Stromversorgung brauchen wir auch weiterhin Kohle- und Gaskraftwerke. Denn Deutschland ist, solange sich der Netzausbau verzögert, eben keine Kupferplatte und der Verweis auf vermeintliche rechnerische Überkapazitäten im deutschen Kraftwerkspark hilft da nicht weiter. Die wachsende Zahl von netzstabilisierenden Kraftwerkskapazitäten, die die Bundesnetzagentwicklung über die Reservekraftwerksverordnung bindet, zeugt von diesem netzbedingten Dilemma. Und dieses Hemmnis für die Energiewende kann nur durch den zügigen Ausbau der Netze aufgelöst werden. Auf das Thema Akzeptanz komme ich abschließend noch einmal zurück. Wir müssen, davon bin ich überzeugt, einen ganz ehrlichen Blick in die Zukunft ab 2020, 2022 werfen. Vermeintliche momentane Überkapazitäten im deutschen Kraftwerkspark könnten sich ohne geeignete Rahmenbedingungen bald in fehlende Kapazitäten verkehren, wenn es keine geeigneten Impulse für Erhalt und Ausbau gibt. Inzwischen sind 69 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14.400 Megawatt Stilllegungsanzeigen bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Etwa zwei Drittel dieser Anlagen sollen endgültig stillgelegt werden. Ein Blick auf die aktuelle Kraftwerksliste des BDW zeigt darüber hinaus, dass inzwischen bei rund 53 Prozent aller geplanten Neubauprojekte eine konkrete Investitionsentscheidung fehlt. In der Konsequenz geht zum Beispiel der BDEW davon aus, dass die gesicherte Leistung bis zum Abschalten der letzten Kernkraftwerke 2022 um 16,7 Gigawatt zurückgehen wird. Das wäre etwa ein Fünftel der in Deutschland erforderlichen gesicherten Leistung. Wir müssen daher sehr genau auf den Erhalt der Versorgungssicherheit als einen wesentlichen Bestandteil der Daseinsvorsorge achten. Und hier hat Nordrhein-Westfalen dann natürlich in zweifacher Hinsicht eine besondere Verantwortung. Wir haben eine große Klimaschutzverantwortung, denn hier werden etwa ein Drittel in Nordrhein-Westfalen, etwa ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verursacht. Und deswegen unterstützen wir die Bundesregierung auch so in ihrem Anliegen, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Und hier gehört ja auch der Emissionsminderungsbeitrag um 22 Millionen Tonnen der Energiewirtschaft dazu. Gleichzeitig müssen wir aber in Nordrhein-Westfalen ein besonders starkes Interesse an den verlässlichen, wettbewerbsfähigen energiewirtschaftlichen Bedingungen haben, denn rund ein Drittel der deutschen Bruttostromerzeugung findet auch in unserem Land statt. Und gleichzeitig hat Nordrhein-Westfalen eben den großen Vorteil, wie ich finde, Heimat vieler Industriebranchen ihrer Wertschöpfungsketten zu sein. Neben der Erzeugung wird eben auch knapp 28 oder werden knapp 28 Prozent des deutschen Industriestroms hier verbraucht. Und in der energieintensiven Industrie arbeiten mehr als 200.000 Menschen direkt. Das zeigt, wir sind in mehrfacher Hinsicht als Nordrhein-Westfalen herausgefordert und deswegen ist es vielleicht eine Binsenweisheit, aber trotzdem muss sie hier auch noch einmal unterstrichen werden. Ist das energiepolitische Dreieck sicher, bezahlbar, klimafreundlich, nicht verhandelbar und es muss eben immer wieder auch deutlich gemacht werden, dass das ein gleichseitiges Dreieck ist und wir nicht nur eines der drei Themen, die Akzeptanz kommt ja als viertes gedanklich noch hinzu, in unseren Blick nehmen dürfen und das ist die Herausforderung. Mit dem neuen Strommarktgesetz muss deswegen unbedingt ein robuster Rahmen geschaffen werden, der eine ausreichende wirtschaftliche Basis für hocheffiziente, für klimafreundliche Kraftwerke im Bestand und bei Neubauprojekten sichert. Wir haben schon mehrfach zum Ausdruck gebracht als Landesregierung in gemeinsamen Stellungnahmen aus den federführenden Häusern Umwelt und Wirtschaft, dass die zum Strommarkt 2.0 gehörende Knappheitspreise eine geeignete Grundlage für eine kaufmännische Entscheidung sowohl von Betreibern als auch von Kapitalgebern für die dringend notwendigen Investitionen in die Erneuerung des Kraftwerksparks darstellt. Und deswegen bringen wir uns in diese Diskussion, wie in der Vergangenheit bei anderen auch, sehr intensiv ein. Nicht immer öffentlich, aber auf den verschiedenen Ebenen, die uns da zur Verfügung stehen, tun wir das massiv und wir werden sicherlich auch aus der heutigen Diskussion nochmal den ein oder anderen Impuls mitnehmen können. Der derzeit stattfindende, grundlegende Wandel der Energiewirtschaft betrifft alle Wertschöpfungsstufen der Energieversorger. Er ist häufig gekennzeichnet durch sinkende Margen im Erzeugungs-, aber auch im Netzgeschäft. Teilweise, und wir haben zumindest im Ruhrgebiet, weil man eine große Tageszeitung heute aufgeschlagen hat, von einem der beteiligten Geschäftsführer dazu auch nochmal ein bisschen was lesen können. Wir erleben, dass teilweise die Verschuldungsgrade steigen aufgrund von kapitalintensiven Investitionen oder dem kapitalintensiven Investitionsbedarf in neue Erzeugungstechnik, in Infrastruktur und das bei gleichzeitig sinkendem Clashflow. Und dennoch sollen vielfach natürlich Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge im öffentlichen Personennahverkehr, in Gesundheit oder Kultur unbedingt auch aufrechterhalten werden. Und das ist die Herausforderung, von der wir heute auch schwerpunktmäßig diskutieren, wenn wir auf die Stadtwerke eben gucken. Diese schwierige Lage von Energieversorgern im heutigen Strommarkt spiegelt auch das Ergebnis einer Online-Erhebung des BDEW bei 265 Energieversorgungsunternehmen von Ende letzten Jahres wieder. Demnach gaben 69 Prozent der befragten Unternehmen mit eigener konventioneller Stromerzeugung an, dass sich eben dies, die eigene Stromerzeugung, negativ oder sogar sehr negativ auf das Geschäftsergebnis auswirke. Die Geschäftslage habe sich in den letzten zwei Jahren bei 39 Prozent der befragten Unternehmen verschlechtert. Der Verband kommunaler Unternehmen wies jüngst darauf hin, dass sich die Investitionen der kommunalen Versorger seit 2011 von damals gut 8,6 Milliarden Euro bis heute halbiert haben. 2014 lagen sie nur noch bei unter 5 Milliarden Euro. Und gemäß den Ergebnissen der aktuellen Stadtwerke-Studie der Ernst & Young, aber so heißen die ja gar nicht mehr, aber dann weiß man noch, wer gemeint ist, und des BDEW vom Juni 2015 bereiten sich Stadtwerke auf sehr starke Veränderungen ihrer Geschäftsmodelle in den kommenden Jahren vor. Mehr als zwei Drittel der Stadtwerke halten zum Beispiel, das muss ja auch nicht die schlechteste Idee sein, das Thema Kooperation, was ja sehr vielfältig gedacht werden kann, Herr Feicht lächelt, wissend vermutlich, für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Druck also für Energieversorgungsunternehmen, klassische Geschäftsmodelle zu hinterfragen, gegebenenfalls anzupassen oder zu transformieren, ist extrem hoch. Und wenn wir nicht über die Stadtwerke, sondern über die in NRW-Ansässigen beiden ganz Großen reden, dann sehen wir ja auch durch die Entscheidung bei dem einen, durch die Diskussionen bei dem anderen, dass, Herr Therium hat ja in der letzten Woche auch nochmal dazu sich geäußert, dass er das nicht ausschließt, dass es da nochmal zu Veränderungen kommt, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, so zu bleiben, wie man jetzt ist. Herr Theissen hat ursprünglich Entscheidungen getroffen, die dann noch einmal im Detail verändert worden sind, will ich einmal sagen, aber ja nichts daran ändern, dass es diese grundsätzliche Aufteilung in den konventionellen und in den anderen Bereich geben wird. Also, wir sehen, diese Veränderungsdynamik zeigt sich in ganz konkreten Entscheidungen, das ist keine Theorie. Die Umfrage hat übrigens auch ergeben, dass drei Viertel der Vorstände und Geschäftsführer von Stadtwerken die zunehmende Regulierung als Hemmnis für Innovationen sehen. Auch darüber werden wir sicherlich heute noch diskutieren. Was ist nur falsche Regulierung oder was ist Regulierung, die noch fehlt? Auch da gibt es ja durchaus, also es wird manchmal so getan, Politik würde sich selber immer nur irgendetwas ausdenken. Ich glaube, es ist auch vieles, was aus der Wirtschaft oder aus anderen Gruppen, die bestimmte Interessen auch legitimerweise vertreten, gefordert, um es zu regulieren. Und wir werden ja nachher vielleicht sehen, was davon ist falsch, was davon ist richtig, was ist einfach nur zu viel, um verlässliche, geeignete Bedingungen sicherzustellen. Das gilt zum Beispiel auch für das Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Die Bundesregierung möchte mit der Novelle des KWK-Gesetzes die Fördergrenze für diese umweltfreundliche Technik von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden pro Jahr verdoppeln. Und es wird jetzt in den Bundestag eingebracht und soll dann auch zügig beschlossen werden. Die Stadtwerke haben ja beim Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung eine absolute Vorreiterrolle. Und wir wissen, dass nach der letzten Untersuchung der KWK-Anteil bei den Stadtwerken mit rund 44 Prozent deutlich über dem KWK-Anteil an der gesamten deutschen Stromerzeugung von gut 17 Prozent liegt. Entschuldigung. Aber die befragten Unternehmen nennen eben auch zu einem Drittel die eigenen KWK-Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme unwirtschaftlich im gegenwärtigen Strommarkt. Lediglich die Hälfte hat gesagt, das sei kostendeckend. Also muss durch die anstehende KWK-Novellierung der finanzielle Rahmen so angepasst werden, dass eine Abschaltung und Stilllegung von hocheffizienten Bestandsanlagen der allgemeinen Versorgung und der Industrie vermieden wird. Die Landesregierung hat sehr frühzeitig mit sehr weitreichenden, aber auch unmissverständlich klaren Anträgen deutlich gemacht, wo sie dort steht. Und wir haben auch, das haben wir ja vor der Vorlage des Entwurfs schon deutlich gemacht, aber wir haben es auch jetzt noch einmal jüngst im Bundesrat deutlich gemacht und entsprechende Nachbesserungen am Gesetzesentwurf gefordert. Über die Details werden wir vielleicht auch heute noch diskutieren. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wichtig ist bei allen energiepolitischen Überlegungen die Einbindung in den zusammenwachsenden europäischen Strom Binnenmarkt. Mit dem kürzlich vorgelegten sogenannten Sommerpaket der Europäischen Kommission soll die Europäische Energieunion weiter vorangetrieben werden. Das Sommerpaket beinhaltet insbesondere Festlegungen zum Strommarktdesign, zum Emissionshandel für die vierte Handelsperiode und somit dann ja auch für die Zeit nach 2020 und will jetzt in einem engen Dialog, wie das dort vorgesehen ist, dann die Legislativvorschläge für das kommende Jahr vorbereiten und dann vorlegen. Und deswegen kann ich es nur noch einmal betonen, es ist unglaublich wichtig, dass die Bundesregierung das geplante Strommarktgesetz und das Strommarktdesign mit dem Sommerpaket synchronisiert. Ich hatte das Vergnügen, vor einigen Wochen in Brüssel bei einer Veranstaltung zu sein, zu der wir selber eingeladen hatten in der Landesvertretung, wo es dann endlich mal gelungen war, zwei Vertreter unterschiedlicher Generaldirektionen, nämlich der für das Thema Energie und dann der für das Thema Wettbewerb, auf einem Podium zu haben. Und was wir denen einfach auch abverlangen müssen, das gelingt nämlich bisher nicht immer, dass es eine kohärente Strategie der Europäischen Kommission gibt, nicht das, was beispielsweise für den Klimaschutz oder aber für das Thema Versorgungssicherheit gemacht werden soll auf der nationalen Ebene, dann konterkariert wird, obwohl das eigentlich in Übereinstimmung mit den Zielen der EU-Kommission liegt, konterkariert wird durch die GD-Wettbewerb, die sagt, ja so dürft ihr es aber nicht machen. Schön, dass ihr Klimaziele erreicht, schön, dass ihr Versorgungssicherheit sicherstellt, ihr tut auch was für die Bezahlbarkeit, aber unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten können wir das alles nicht genehmigen. Dann haben wir ein Problem. Und deswegen sind die Diskussionen auch da, auch gelegentlich unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung so wichtig, die wir mit den Akteuren dort führen. Und ich bin ganz optimistisch, dass uns das gelingt, dass eben wir dann nicht konterkariert werden durch nachträgliche Entscheidungen der EU. Ich glaube, es gibt auch ein paar Beispiele dafür, wie das in der Vergangenheit schon gelungen ist, wenn Sie an die letzte EEG-Reform denken. Die kann man dann im Einzelnen nochmal diskutieren, ob das der große Wurf war oder wie auch immer. Man die Details da betrachtet, da weiß ich natürlich, dass es auch in einem solchen Raum wie hier sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt. Aber es war eben auch eine Reaktion auf das Beihilfeverfahren der EU-Kommission. Und es ist dann eben in diesen vielfachen Gesprächen gelungen, eine Einigung mit der EU-Kommission hinzukriegen, sodass dieses Verfahren da eben dann nicht mehr in dieser Form jedenfalls fortgesetzt wird. Es liegt alles in allem, ein paar Punkte habe ich versucht hervorzuheben, noch extrem viel Arbeit vor uns zum Gestalten und zum positiven Gestalten der Energiewende. Das ist mit großen Infrastrukturerfordernissen verbunden, in Erzeugungsanlagen, in Netze, aber auch in Speicher. Das alles ist übrigens nicht zum Nulltarif zu haben. Auch das gehört dann mit zu der öffentlichen Diskussion, die wir dazu zu führen haben. Und wer sich heute, habe ich jedenfalls am Wochenende und heute nochmal ein paar Artikel auch gesehen, die sich mit der Situation im Osten der Republik bei den Netzentgelten auseinandersetzen, dann wissen wir, die Diskussion findet nicht nur in Ostdeutschland statt, sondern sie hat dann natürlich am Ende auch etwas mit uns zu tun. Aber ich will deutlich sagen, dass die Bundesregierung in ihren öffentlich zugänglichen Beschlüssen und Unterlagen von Investitionen, die notwendig sind, bis 2050 in Höhe von 550 Milliarden Euro ausgeht. Und das wird nicht vom Himmel fallen, diese Investitionen. Und das macht aber nochmal deutlich, wir haben jetzt 2015, 2050 sind 35 Jahre, was für ein Brocken das ist und dass der natürlich auch entsprechend volkswirtschaftlich gestemmt werden muss. Und trotzdem komme ich zu einem positiven Ergebnis, weil man ja sieht, dass vielleicht nicht für alle, die in der Vergangenheit ganz vorne waren, aber dass sich insgesamt durch dieses Thema Energiewende und durch die Gestaltung, so wie wir sie voranbringen, eben auch riesige neue Marktchancen ergeben, dass sich ganz neue Geschäftsfelder ergeben, die genutzt werden können, die am Ende auch unter Gesichtspunkten des Exports für uns ein großer Vorteil sein werden, die auch, ich sehe Vertreterinnen und Vertreter, nehme ich an, auch des Handwerks, die dann auch in Bereiche gehen, die weit mehr sind als nur die immer so strittigen Fragen der Stromerzeugung. Auch in meinem Beitrag ist das wieder einer der Schwerpunkte gewesen, aber wir alle wissen, es geht um deutlich mehr, es geht um das Thema Wärme, es geht um das Thema, wie können wir dann in der Sanierung zum Beispiel von Gebäuden, auch dazu wird Dr. Bauer vielleicht im Laufe der Diskussion noch etwas sagen können, wir reden über Flüchtlinge, wir reden darüber, Platz zu schaffen, Räume zu schaffen, zu bauen, was hat das mit Klimaschutz zu tun, eine ganze Menge, darauf werden wir noch zu gucken. Also es gibt neue Marktchancen, es gibt neue Perspektiven, vielleicht nicht für jeden, ich habe es schon gesagt, der zurzeit auf dem Markt in einer Pole Position ist, das hängt dann von der Wendigkeit und von der Kreativität in diesen Unternehmen ab, ob sie es schaffen, diese Herausforderung anzunehmen oder ob andere in diese Lücke gehen. Ich bin davon überzeugt, mit der Akzeptanz der Bevölkerung kann es uns gelingen, diese Energiewende auch als Blaupause zu nutzen für andere oder die dürfen sie dann auch als Blaupause nutzen und deswegen abschließend zwei Sätze zu dieser Akzeptanz, denn die ist ja nicht so leicht. Die ist aber in allen Bereichen nicht leicht. Die ist deswegen nicht leicht, weil es natürlich Protest gegen die Nutzung beispielsweise der Braunkohle gibt, ich aber auch Bürgerinitiativen kenne gegen die Ausweisung eines Windparks oder gegen die Ausweisung oder den Bau eines Pumpspeicherkraftwerks, mitunter mit Erfolg, weil dann Investitionsentscheidungen nicht mehr getroffen werden, obwohl sie geplant werden. Alles Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen. Also sie haben auch dort die komplette Bandbreite über den Netzausbau an jedem Ort, wo eine Leitung, obwohl vielleicht schon eine da ist, erneuert, verstärkt werden soll, haben sie solche Auseinandersetzungen. Diese Auseinandersetzungen gewinnen sie nur dann im Sinne der Energiewende, wenn die ganze Geschichte erzählt wird. Wenn nicht nur darauf gehockt wird, was passiert an Ort A, B oder C, sondern wenn insgesamt auch deutlich gemacht wird, warum tun wir das? Warum wird erneuerbarer Strom verstärkt auch im Norden der Republik produziert? Und warum braucht er seinen Weg in den Süden? Und warum kann man dann nicht eine Vogel-Strauß-Politik machen und sagen, wir könnten aber eigentlich autark sein und deswegen brauchen wir auch diese Leitung nicht, so wie das an anderen Orten der Republik gemacht wird? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende, dass die Politik sich nicht wegduckt, sondern diese gesamten Ziele, dieses gesamte energiepolitische Dreieck immer wieder erklärt und dann eben deutlich macht, wir brauchen diesen Leitungsausbau und der wird irgendwo stattfinden und der kann nicht nur unter der Erde uns unsichtbar und kostenlos stattfinden und wir werden noch konventionelle Kraftwerke brauchen und wir werden den Ausbau von Erneuerbaren vorantreiben, das heißt auch neue Gebiete ausweisen müssen für Windenergie, für neue Speicher etc. etc. Das wird nicht alles ohne Beeinträchtigung sein. Auch kostenmäßig nicht immer alles ohne Beeinträchtigung. Aber man kann nach Alternativen suchen, nicht die Nullvariante, das heißt wir bauen keine Leitung und bauen kein Kraftwerk, sondern die Variante zu finden, die am wenigsten negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen hat. Und da gibt es solche Alternativen. Deswegen kann man darüber auch sprechen. Das ist dann auch Aufgabe von Politik, Aufgabe von Verwaltung. Das Ganze muss man tun auf Augenhöhe, sodass die Menschen es auch nachvollziehen können und nicht erst ein Jurastudium oder ein Ingenieurstudium noch anschließen müssen. Ich glaube, dafür können wir Voraussetzungen schaffen, haben wir auch innerhalb der Landesregierung schon Voraussetzungen geschaffen. Ohne diese Akzeptanz in der Tat wird diese Energiewende nicht gelingen. Ich hoffe, ich habe ein paar Stichworte aufgreifen können, die auch in Ihren Köpfen sind, wenn man auf eine solche Veranstaltung geht. Und die Details und die Richtungen werden nicht nur Herr Zurheide und ich, sondern wir ja mit dankenswerter Weise einem sehr hochrangig besetzten Podium gleich hier führen können. Auch von meiner Seite an Sie einen ganz herzlichen Dank, dass Sie so etwas zusammengestellt haben, weil das auch der Politik in den verschiedenen Ministerien hilft, die eigenen Argumente noch einmal nachzuschärfen und dann eben auch in Berlin, wie auch in Brüssel, dort entsprechend stark aufzutreten. Denn wenn etwas passiert, dann passiert es immer auch in Nordrhein-Westfalen. Und selbst wenn wir über Offshore reden, weil viele Investoren für das Thema aus Nordrhein-Westfalen kommen, weil Zulieferer aus Nordrhein-Westfalen kommen, haben wir etwas mit dem Thema zu tun. Es gibt in der Energiewende kein Thema, was nicht auch in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Akteure aus dem ganzen Land und aus diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern und unterschiedlichen Richtungen heute hier an einem Ort zusammen sind und das diskutieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Applaus